Nein, ich bin schon wieder tot. Shit. Und ich bin an unserem Spawnpunkt, ey. Darf ich ja niemals. Oh, ich hab ihn. Ich leb wieder. Oh, geil, geil, geil. Oh, Mistvieh. Hallo, liebe Freunde. Und herzlich willkommen zurück in den Borderlands mit der Sandy. Hallo. Hallo, guten Tag. Willkommen zurück. Ja, wir sind ja immer noch auf der Suche nach dem Datenschreiber. Genau. Wo müssen wir überhaupt lang? Ich glaub hier hinten über diese Steinbrücke. Ah, okay. Die, die man von hier sieht. Da bin ich drüber. Da müssen wir noch. Oh, alle da in dem Loch hier. Oh. Ah ja, ich sehe es. Oh, hier ist was, hier landet. Oh, wo kamen die denn wieder her? Da ist noch einer. Hey. Blatt gemacht. Wo bist du denn jetzt? Ja. Oh, guck. Wo läufst du lang? Wir müssen hier lang. Glaub ich, oder? Nein, nein, wir müssen auch hier rum. Oh, hier rum. Oh, hier rum, ja. Da hinten, siehst du, diese Steinbrücke, da müssen wir drüber. Gleich auch rum. Ja, müssen wir noch höher, ne? Ja. Wir sind in den Hintern geschossen. Da ist noch einer. Da sind noch ein paar. Oh ja. 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 Oh, die Zapp legen mich gerade. Oh, die machen echt gewaltig mit Damage. Oh, jetzt habe ich nur noch 67 live. Oh, da kommt noch. Wo ist ein Medikit? Hier am Feuer. Krass, wo kamen die denn jetzt alle her? Kommt immer aus diesen scheiß Höhlenlöchern, da hinten ist noch einer. Oh, mal, Alter. Juhu, level up. Yippie. Finger an der Flinte, du alte Ferkel. Was ist denn? Du, ne Finger. Wir müssen weiter, auf was war das nu? Ich habe nur gerade noch mal ins Skippoint gesetzt. Ja, hättest du es doch in der Pause machen können. Ich weiß ja, was ich drauf mache, deswegen habe ich nur drauf gedrückt. Vogel noch mal mehr Damage macht. Oh, jetzt kommen die Vögel wieder. Oh ja, stimmt. Der hat eine Kanone da oben fallen lassen. Fuck. Hat er dich erwischt? Äh. Topfit bei bester Gesundheit. Oh, hier ist noch so ein Erdhaufen. Da war. Ich habe es genommen. Ja. Ich habe ja eh beim Level up wirst du ja komplett geheilt. Ich habe dir in den Arsch geschossen, aber voller Kanne. Ja. So, wann sind wir endlich da? Wie so ein kleines Kind bei der Autofahrt. Na ja. Ich bin zuerst da. Zieh dir mal Zeit hier. Ja, hier irgendwo müsste das sein. Da hinten ist es doch. Ich habe irgendwie was gehört. Ja. Ein Vogel, glaube ich. Ach, das ist dein Vogel, oder? Kommt, wechseln schneller die Waffen. Ich bin auch oft gestiegen. Alter, Falter. Boah. Habe ich ein Level up und Gott sei Dank dadurch. Oh, geil. Wo kommen die alle her, ey? Oh, Action pur hier. Hier hast du ein Medikit, falls du brauchst. Ne, ich habe voll. Du siehst schon so aus, als wärst du voll. Oh, Mann. Action pur hier. Was ist das? Ach ja, boah. Was greifen. Ah, da hinten ist auch der Flugschreiber, deswegen. Die wurden wahrscheinlich hier am... Hier ist der Teil, oder? Hier ist ein Schild, falls du... Ist das besser als meinst? Wo sehe ich denn der Teil? Schlechter als meinst, zumindest mal. Du musst da, glaube ich, flüge ihn dafür. Da habe ich es ja nicht, ob ich vielleicht das... Mit E kannst du es vergleichen. So, auf das Schild drauf gehst und E drückst, dann siehst du beide nebeneinander. Ist besser als meinst. Wie rustig wird es jetzt aus? Ja, äh, in den Slot dort reinziehen, glaube ich, wo das alte Schild ist, dort rechts. So, ist besser. Das müsste eigentlich alles, was wir jetzt finden, so ziemlich besser sein, weil wir haben ja noch, glaube ich, die Standardschilde von ganz am Anfang. Aber wir haben immer noch den Schreibern, hier ist eine Kiste, eine große. Hier liegt der Schreiber. Gut, hier ist die Kiste, hier sind Pistolen. Oh. Und die nehme ich. Aber auch schon schön, Damage, ey, die macht... Wo habe ich denn jetzt die Pistole? Feuerrate wie meiner, aber ein Damage macht es gut. Feuerrate 2, glaube ich, auch zu schaden. Ja, ich teste die jetzt mal selber da. Feuergeschwindigkeit. Hast du Pistolen, Muni und so, alles am Start? Ich verliegte 4,30 ausrüste. Ich habe noch einer von den anderen Pistolen geholt, dann kannst du Bernd Rohl zum Verkaufen. Blackfantry Bill. Ach so, da sieht man, welche besser ist. Gefällt dir mein Haustierchen? Ähm, na, es kommt ja immer drauf an. Was besser, ne? Deswegen ist schwierig. Was machst du, na? Du, ein Mistvieh. Dann lockst du schon mal Viecher an? Wenn sie hochgesprungen kommen. Ich kann mich nicht entscheiden bei der Pistole. Ich bin jetzt auch gerade am überlegen, ob ich meine... wirklich behalten sollte. Also die alte, weil die hat den Feuerschaden gemacht und war viel schneller. Die hier macht zwar über doppelt so viel Schaden, aber... Ah, die andere hat halt die Bonusattribute. War, glaube ich, besser. Vor allem, weil ich ja schon eine langsame Waffe habe. Oder wenigstens. Oh, ich lasse die jetzt. Okay, wo ist der Schreiber? Den habe ich, habe ich geholt. Den müssen wir auch abliefern. Dann haben wir ja noch ein Quest. Ja. Ja, wo müssen wir den abliefern? Wo komme ich noch auf die Map hier drauf? Auf M. Ah, ja, da müssen wir raus. Ne, dann machen wir die andere Quest noch, weil die ist noch hier drin. Welche denn? Wenn ich muss ich dann mal kriegen. Wer, wer Wind sät. Also Klingenblumen, glaube ich, suchen. Okay. Dann zeigen wir, wo war die Finnen. Du loggst schon wieder irgendwelche Tierzeug an. Also unten, unten krabbelt einer. Du hast Geld liegen lassen, hallo. Du musst es ja nicht nötig haben. Ach, wer. Ich brauche schon Geld. Was sind denn die Blümchen? Ich möchte Blümchen haben. Ich habe übrigens vergessen, den Timer zu starten. Fällt mir gerade auf. Oh. Die machen wir jetzt noch 10 Minuten. Jetzt weniger Blumen für dich dieses Mal. Toll, du pullst die und haust ab. Auch gar nicht ab. Jawohl. Die sind abgehauen von mir. Die sind Spucker. Noch ein Spucker. Wie gibt's ein Leckerchen? Aha. Was gibt's denn Leckeres? Was? Lecker? Wo? Lecker? Der hat einen Spruch raus. Dann gibt's ein Leckerchen. So hörst du zu. Ich habe nichts mehr gehört, wegen der Actionmusik und... Und... Achso, Winkl. Tolle, Hunde, Winkl. Oh, da sind sie schon Level 9, deswegen. Die auch wahrscheinlich für Level 9 angebracht. Ach, ey. Hör doch mal auf, du scheißviele. Bleib doch mal stehen, dass man die auch trifft. Der hat mich nach hinten gehauen. Ich kann da nicht stehen bleiben. Die hauen da ja nicht nach hinten, doof paddel. Hast du grad die Muni eingesammelt, die hier lag? Die lag da im Muni, bin ich blöd. Ich glaub, die roten hier, das sind die Klingelblumen. Ah, okay. Kann ich die auch einsammeln? Hab ich die hier gerade weggeklaut? Wohl, das ist ja egal, das ist... Zählt die für uns beides, oder was? Ja, ja. Acht Stück müssen wir davon. Oh, hoffentlich hört das Scheißgebälle hier gleich auf. Geht's jetzt richtig ab. Jetzt hast du da sonst was gepult. Ach, hier ist leider Action pur. Wow. Wo ist er denn? Und ich hau mir mein Schild gleich runter. Ja, richtig. Boah. Aber mit denen... Wenn wir die schaffen, wir am leveln, war ganz gut mit denen. Nein. Nein, 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 nein. Boah. Puh. Warum hier die Kit? Eins hab ich genommen, welcher hat auch halb Love nur noch. Hier ist ne Druckkiste. Alter. Nein. Nein. Du, Drecksvieh. Da, blablabla. Oh, keine Muni mehr. Hier ist der... Wenn ich so weitermachen, hab ich bald auch keine mehr. Boah. Boah, Mann, ey. Hier ist ein Medikid. Falls du brauchst. Oh, ja, ja, ja. Meine Energie blinkt. Wo haben wir denn hier? Das hier ist alles... ...pist. ...kult. Aber wir brauchen noch ne Blume. Wo ist denn ne Blume? Da oben ist ne Blume. Jetzt, ja, da kommen wir, glaub ich... Ihr Gebiet streckt sich ein bisschen, die... ...misschen hier, das... Da müssen wir irgendwie hochklettern. Äh, warte mal, wo ist denn... Ah, hier unten geht's nämlich weiter runter noch. Ach so, da oben, ja, da... Ah, ich glaub, an die kommen wir... Entweder können wir direkt hochspringen... Ja, geht. Ah, ja. Ah, gut. Jetzt haben wir schon drei. Ach. Also viel EP kommt hier aber auch nicht dabei durch die Gegner, wie ich gedacht habe. Jetzt geht's hier nochmal ab. Da unten sehe ich schon einen Haufen weißen... Arsch, ich schau. Oh, der letzte Jahr nicht. Boah. Boah, Gott, ey. Ihr eingekesseltes Mistvieh. Wie viel Leif hast du? Gut. Ich wog dich viel über. Oh, 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 oh. Da kommen noch mehr. Ja, Fähigkeit. Boah, leck mich doch am Eimer. Nein! Stirb, stirb. Jawohl, er ist abgefackelt. Ist ja sehr action-lastig gerade. Ja, ja, das... wird auch noch extremer, aber irgendwann kriegen wir auch Schilde, die die Gesundheitsregener... äh, regenerieren automatisch. Du musst kaum noch live, also nicht irgendwo runterfallen, bitte. Das wäre sonst nicht so lustig. Siehst du noch irgendwo eine Blume? Da kommt schon wieder so ein Viech. Gut, das ist mein Vogel hat jetzt eine Spezialfähigkeit, dass die Gegner mehr, äh, Items wie Gesundheit, also Medi-Kids droppen, wenn er die trifft. Weil, da liegt nämlich schon mal eins. Aber die Dinger, die, die heilen fast gar nicht hoch, ne? Du kriegst 20, äh, Hälfte dabei oder so. Abartig. Wir brauchen Blümchen. Hier oben ist, glaube ich, eine. Ah, ja, super. Haben wir ja schon mal die Hälfte. Wow. Die Folge ist gleich vorbei, deswegen. Ja, ich glaube, das... Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Aber hier ist noch mal Fünfte. Ah, cool. Pass auf, da sind doch bestimmt wieder Viecher. Auch noch Viecher, ja. Wir wollen uns in eine Falle locken. Warte, ich schmeiße ihn mal den Adler über. Ich lasse runterkommen. Da kommen sie nämlich. Ich hoffe mal wenigstens nicht ganz in ihr Nest rein. Oh, da kommt ein Spucke hier rum. Dann geht die Wand gespucke. Die Welpen gehen noch. Es ist ja die Gegnerart, wie sie ihren Namen haben. Da gibt es nachher auch noch so, äh, so Alphas oder so Alphas-Guacks. Die sind eklig. Auch das war im ersten Teil auch schon. Ich weiß aber nicht genau. Ich habe keine Muni mehr. Meine SMG hat keine Muni mehr. Oh, scheiße. Wir müssen unbedingt bald zurück. Ja. Aber jetzt habe ich aus Versehen, dass mir die Kette genommen. Und aus Reflex, Loot Reflex. Ah, das ist noch eins. Ah, gut. Das bist du, oder? Jetzt habe ich glaube, ein bisschen Muni, glaube ich. Ja. Nicht nur ein Magazin. Ich habe mich jetzt gepistelt. Aber hier... Die Flange ist, glaube ich... Ah, guck mal, hier ist noch ein Geheimweg. Oh Gott. Weg der Weg. Oh, da kommt ein Alpha. Nein. Verdammt. Ich glaube, das ist ein Alpha, wie der aussieht. Boah! Du Herr, du Drecksau. Oh, der hat mich voll weggestoßen. Ja, das meine ich damit. Die Größeren, die stoßen dich nämlich ganz schön weg, wenn sie mit so einem Sprungangriff kommen. Und ich nur mit der Pistole. Geiste, ja. Super. Hau drauf, was du draufhauen kannst. Vielleicht kriegt irgendeiner von uns ihn noch down. Blöd, dass ich jetzt nur die Snipe habe. Komm, stirb doch. Ist viel. Nein, ich sterbe. Oh, ich lebe wieder. Jawohl. Nein, ich bin schon wieder tot. Shit. Und ich bin an unserem Spawnpunkt, ey. Darf ich ja niemals. Oh, ich habe ihn. Ich lebe wieder. Oh, geil, geil, geil. Oh, Mistviech. Und das mit der Pistole. Hat er was fallen lassen? Nö. Denn wo treffen wir uns jetzt? Komm zu dir. Fast gut endet. Ich habe mir noch schnell money gekauft, hier gerade am Automat. Das ist wenigstens was zu schießen. Dann beendet mal die Folge, ne Mastered Offscreen. Dann kommst du hier laufen, auch ich seh dich ja schon. Oh, beeil mich. Komm noch live. Guck mal, hier ist eine Blume. Yay. Ach, du bist da hinten. Scheiße, ich bin rumgelaufen. So, ja, ich muss ja erst nochmal in die Höhle kommen. Ich bin dann an dem Ausgangspunkt gewesen. Dann beenden wir mal die Folge. Dann sag ich mal, danke fürs Zuschauen. Ja, wenn... Oh, scheiße. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen nach oben da und guckt beim Spooky vorbei auf dem Kanal. Ich war auch immer hier so lange auf den... Genau, umgekehrt natürlich auch bei Sandy vorbeigucken und Daumen hoch lassen, wenn euch die Folge gefallen hat. Und hier unten ist ein Medikid für dich, Senni. Das ist noch ein Alpha, wa? Oh, nee. Okay, bis denn. Bis denn. Ich muss ja erst platt machen. Oh, Mann, ich bin da. Ich bin da. Das war auch irgendwas anderes, gut. Huh, noch ein Medikid. Bis denn jetzt aber. Ciao. Ciao, jahe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like freuen und hoffen, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn wir durch die Borderlands ziehen. Oder begleitet uns auf weitere spannende Abenteuer in vielen tollen Playlists. Vielen Dank und bis dahin. Eure Senni und euer Spooky.